Servus Leute, willkommen bei der Gerias Spiele-Mammo am Retro-Freitag. Ich habe über Facebook eine Umfrage gestartet. Ich bin übrigens Dorenton, das ist Dorenton-Game. Ich bin... Ja, was? Ich rette einfach so viel. Ich habe gefragt, was ihr euch wünscht und die erste Anfrage kam von Helge K. Er wünscht sich Silversurfer für den NES, Nintendo Entertainment System. Ja. Wenn ihr Wünsche habt für Retro-Systeme, sagt uns einfach Bescheid in der eingeblendeten Adresse. Irgendwo hier, dann, oder da, dann, oder da, oder... Keine Ahnung. Wir gucken, dass wir das Spiel auftreiben können und gucken, dass wir es für euch spielen können. Ich habe nicht auf die Eier geguckt, ich habe auf den Zettel geguckt. Ich habe auf den Zettel geguckt. Okay, dann viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Galactus, why have you summoned me? I have need of you, Surfer. This universe is threatened from beyond. Beyond? Beyond? The evil forces of the magic domain are almost upon us. Only by recovering the commsmic device can all be saved. And if I refuse? You must not. But upon this all life depends. Do. So, now we are in the Startscreen and can choose the stage. If I press the left, I'll go to the left. And if I press the right, I'll go to the left. Silver Surfer for the NES. Dear Raven King is one of the worst titles that there is. No. Really? Really? We play it now. I'll start with the Fidor. Reptile. Section one, player one. I'm excited. So. Silver Surfer is mächtig und kämpft gegen Fische. Oh a fish, ey. So. Ah. Da is a Blubberblast. Ich hoffe, die killt mich jetzt net. Ah, okay. Ah, ne. Die bringt mir sogar irgendwas. Keine Ahnung was. Die bringt ja nochmal, äh, 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 äh. Ah, da ohne schießt dann nochmal. Swet the gun, genau. Ah, super, super. Wir werden das jetzt im Wechselspiel, deswegen hoffe ich, dass Durantan mobile verreckt. Ja, wir wechseln uns ab. What the fuck. Okay, da ohne muss man dann hoch. Okay, wo schieß ich, wo schieß ich? Äh, da. 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 Alles klar. Au, es reicht net Endschuss aus, um die Fische abblatt zu... Ah, oh Gott. Nein, nein, die sind net ohne. Ja, und schon ist wieder Durantan. Schon ist wieder Durantan. Du bin ich wieder dran. Du bist du wieder dran. Okay. Übrigens 1990 rauskomme, wie ich grad vorhin gelesen hab. Ja? Ja. Wie schon da net, was du siehst. Na, ich hab gar nicht gelesen. Was kommt denn da oben für Vieh eigentlich? Irgendwie Rap, das ist doch das Rap-Teil. Oder irgendwie andere Rap-Teils. Ich weiss net. Ach Gott. Kannst du auch auf dem Feuerknopf bleiben und er schießt dann permanent? Ne, da passiert gar nichts. Also ich bleib jetzt nur drauf. Okay. Siehst, passiert nichts. Also man muss permanent dann drücken. So, wie ich immer gelernt hab, dann durn auf. Ganz knapp net, dass mich die Brück noch killt. Gut macht er das. Gut macht er das. Wahrscheinlich. Wo, 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 wo. vedere. Woof. Äh, ich bleib lieber Mo'hune. Esster Sch war nicht warum, aber er hypothesis irgendwie, habe ich das Gefühl, dass Un- tamterts bis hier ä tarter ist, auch wenn du die ganzen Fische singtest. Überleben, einfach überleben. Einfach überlebe. Ich hab Angst, dass die Bäume mich killen. Also ich weiß, dass es den... Ah, fuck! Der Angry Video Game Nerd hat das getestet und ich weiß, dass alles mögliche, die dich in dem Scheißspiel killt. Ich weiß aber nicht, wie hat es das. Ach, guck mal! Ah, man hat einen Save Point. Nein! Das darf ich jetzt aber nochmal. Das habe ich nicht gesehen. Darf ich nochmal? Geil. Wann kommt es denn zu den Continuos? Wir sind leer, Herrmann. Runner, runner! Ist nicht. Da steht One Up. Und Null. Also ich denke, das war jetzt der Schluss und dann kommt es zu den Continuos. Scheiße! Gott! Ja! Nee! Spiel mal du! Spiel mal ich! So, das war's. Er würde sagen, wir spielen jede Stage bis zum Game Over, oder? Ja, können wir machen. Oh! 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 Ich bin immer da! Ah! Select to quit! Quit! Uuuuuh! 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 Silver Surfer! Gehen wir zu dem Budo! Hallo! Firelord! Na ja! So sieht er aus! Sieht aus wie der Firelord! I'm the God of Hellfire! Das ist, wenn die Akne ihn besiegt und man hat nur noch Akne im Gesicht! Alter! Die Umgebung killt ihn! Ah! Ich stehe immer was weiter vor! Ich sehe bestimmt nichts droht euch nicht so gut! Guck! Pass auf! Die Umgebung killt dich! Du kannst schon nicht drüber fliegen! Pfff! Pfff! Hahaha! Ich bin dran! Hahaha! Pfff! Pfff! So! Wenn das wenigstens das Standfeuer wär! Feuer wär! Yeah! Ich hab die erste Hände! So krass! Hahaha! Scheiße! Der Raven King ist dran! Der Raven King ist dran! Übrigens danke Helge K! Ja das ist ein tolles Spiel! Aber es macht schon Spaß! Hahaha! Der hat mich doch gar... Ich hab doch... Hahaha! Hat der mich berührt? Ich weiß es nicht! Ich weiß auch nicht wo die Hitzone ist! Ich glaube alles von deinem Surfbrett ist schon die Hitzone! Ah! Also wenn dein Surfbrett irgendwas berührt, bist du schon tot! Das ist ja Millimeterarbeit! Boa.... Well! Nein! Ich bin gegen den Felskörper! Hahaha! Ah! Scheiße! Ah! Schade! Jetzt musst du Select drücken! Ah! Also erst Start und dann Select! Dass er in die nächste Scree geht? Genau! Select! Allerhoop! Und jetzt ist Shit-Hard! Shit-Hard! Und noch einmal Shit-Hard! Okay Wenn der was? Dendo? Dendo! Das ist der Geile Timm! Das sieht so aus wie so ein WWF. Possessor. Ah ja, okay. Oh Gott. Jetzt hörst du mal ein S? S? S wie Super Scheiß. S wie Siegfried. Fuck! Irgendwie klappen die Levels von links nach rechts, aber besser, wie die von unten nach oben, oder? Ja. Obwohl du sie alles mal... Oh Gott. Ja, alles klar. Jetzt hätte ich das wissen müssen, dass sie auch noch hinschießen können. So, Possessor. Hallo. Kacke. Acht, das ist ein Spiel, wo man ziemlich viel Übung braucht, und sie hat alles, was man nicht merken muss. Oh Gott. Da heilt er. Ich bin so schwach. Ich bin der schwule Silversurfer. Erstens haben mir die Filme nicht so gut gefallen. Silversurfer-Filme habe ich nie geguckt. Ich wusste auch nicht. Sehr gut. Geh mir aus der Arke. Oh Gott. Du musst die Beine kaputt machen. Schon die Beine, schon die Beine. Kann man das sammeln? Sammels lieber nicht. Wer weiß, was es ist. Ahhhh. Kacke. Okay. Aber wie andere Hämmer-Schum und andere Gegner gesehen. Super. Ah ja, klar. Ein paar Zentimeter rüber. Prozessor. Drück schneller. Das nützt aber gar nichts. Ohhhh. Danke Helge. Vielen Dank. Ah ja, okay. Machen wir das nächste Level. Stell dir mal vor, du bist Kind und hast das Spiel unter einem Weihnachtsbaum und frechst dich einen Ast. Ja. Wie geil, ich habe ein Silversurfer-Spiel und dann kriegst du sowas. Ich glaube, mit dem Spiel muss man dann halt einfach aufwachsen. Irgendwann mit 30 kriegt man es dann hin, wenn man es mit 8 ein Geschenk kriegt. Ich glaube nicht. Aber ich bin schon stolz auf uns. Wir haben sechs Stages zur Auswahl oder so. Wir hätten das eh nicht geschafft bisher. Ja. Das ist unglaublich. Der hat mein scheiß Surfbrett getroffen. Was soll ich denn machen, wenn der das Surfbrett trifft? Also die Projektile kann ich auch kaputt machen, ne? Ja, ja, ja. Ne, ich mach lieber. Ja, fuck. Okay. Nein, warum? Aber ich darf auch nicht an den Rand kommen, wenn das hoch ist. Ja, du darfst anscheinend an nichts dran kommen. Ich weiß nicht. Du meinst, ich muss es aber wissen müssen. Nein. Ja, bist du hier. Die Levels sind ganz schön gemacht. Ja, die Levels sind schöne Farbe und so. Aber was ich ehrlich cool finde, ist das Soundtrack irgendwo. Das stimmt. Die Musik ist sehr geil. Ah! Kacke! Hättest du nicht babbeln dürfen. Nein, nein, nein. vielleicht sollte man einfach erst mal durchfliegen vielleicht vielleicht so bist ein hund so wie ich schon gelernt habe kacke dieser scheiß green wenn du stirbst oh nein ich bin der silverserfer ich bin schwul so doch der werwolf ich das also ja du fangst jetzt auf ich fang jetzt auf mephisto okay ja ich doch ich habe angesprochen ich hab jetzt noch wie nein ich hab immer ausweichen ich bin drauf ab geht so achtung kacke möglich soll ich warum aber warum kommen sie zuerst soll ich mal warum soll ich mal offen bleiben ich hab das bringt nichts kacke man kann gar nicht so schnell schießen wie ich kotzen könnt wie du kotzen könnt das ist so schwer der letzte versuch leute der allerletzte alle hoffnungen auf mir alles liegt auf dir alles liegt auf mir ich versuche ohne aber ich muss noch hin und vorne und von und so weiter so weit haben wir es noch nicht geschafft ach du scheiße ja was ich gehe vor was ist das was ist das ist ein gegner so weit haben wir es noch nie geschafft so weit haben wir es noch nicht geschafft vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns danke helge nochmal danke helge wenn ihr acht wünsche habt schreibt uns bis dann leute tschüss das war ein schönes end grad tschüss Musik aus ja war schön das war klasse das war so schön ach so du nehmst schon noch auf ja du möchtest du das Video rausbringen ja ok 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 ok